Auch wir Männer brauchen gepflegte Hände und wie wir das hinbekommen, das erfährst du heute in diesem Video. Also Leute, es geht nicht immer nur um den Bart oder um die Haare, sondern wir brauchen natürlich auch gepflegte Hände. Und vorneweg kann ich schon mal sagen, wenn ihr diese Nagelroutine macht, dann solltet ihr das auf jeden Fall immer direkt nach der Dusche machen, denn dann sind eure Hände noch relativ weich, eure Haut ist weich und dann könnt ihr einfach die ganze Nagelroutine wesentlich einfacher und wesentlich entspannter durchführen. Erstens, Nagelfeile und Nagelknipser. Ich weiß, einige Männer denken jetzt, wieso Nagelfeile? Ja, wir brauchen auch eine Nagelfeile, um vernünftig gepflegte Hände zu haben. Bedeutet, erstmal werden die Fingernägel abgeknipst und im Anschluss benutzen wir dann die Feile und feilen unsere Fingernägel vernünftig. Und das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie feminin ist oder so, sondern das ist einfach das A und O, was jedermann machen sollte, wenn er gepflegte Hände haben möchte. Und gerade die Nagelfeile ist unfassbar wichtig, um einfach die Fingernägel schön in Form zu feilen, damit das Ganze auch vernünftig aussieht. Tipp Nummer 2, eine Nagelhautzange verwenden. Ja Leute, es gibt eine Nagelhautzange. Ich weiß und bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch da draußen eine Nagelhautzange gar nicht kennen. Gar kein Problem, ich kannte sie lange Zeit auch nicht, aber eine Nagelhautzange ist wirklich wichtig, um eure Nagelhaut perfekt entfernen zu können. Die Nagelhautzange ist einfach die effektivste Möglichkeit, um die Nagelhaut zu entfernen. Und viele fragen sich jetzt vielleicht, hey, ist das überhaupt notwendig? Brauche ich so eine Nagelhautzange? Ja, definitiv, denn du kannst noch so schön geknipste und noch so schön gefeilte Fingernägel haben, wenn du halt einen Meter Nagelhaut auf deinen Nägel drauf hast. Jetzt mal überspitzt gesagt, dann sieht das ganz einfach trotzdem ungepflegt aus. Deshalb ist es ja Pflicht, die Nagelhaut zu entfernen. Außerdem ist es auch so, dass so die Nägel besser wachsen können. Dritter Tipp, nutz ein Nagelhautgel. Mittlerweile wissen wir ja, dass die Nagelhaut auf jeden Fall entfernt werden sollte. Und um das perfekt hinzubekommen, könnt ihr ein Nagelhautgel verwenden. Auch die Kombination zwischen Nagelhautgel und Nagelhautzange funktioniert wirklich gut. Erstmal, wie funktioniert grundsätzlich? Nagelhautgel, das funktioniert wie folgt. Du nimmst einfach ähnlich wie bei einem Nagellack einfach ein bisschen von einem Gel und streichst es über deinen Nagel und über deine Nagelhaut drüber. Dann wartest du ungefähr 15 Sekunden und dann kannst du die Nagelhaut einfach ganz entspannt ein bisschen zurückschieben. Und wenn du dann deine Nagelhaut zurückgeschoben hast, das geht dann wirklich relativ einfach, dann kannst du die Nagelhautknipser nehmen und dann kannst du ganz schön und fein die Nagelhaut abknipsen. Und by the way, das ist eigentlich auch ein gutes Produkt für Anfänger, die sich einfach noch nicht trauen, die Nagelhaut zum Beispiel wegzuschneiden mit so einem Nagelhautknipser. Die können dann einfach dieses Nagelhautgel nehmen, schön einwirken lassen, Nagelhaut zurückschieben und fertig. Das funktioniert ebenfalls sehr gut. Vierter Punkt, Handcreme. Ja, wir Männer brauchen natürlich auch Handcreme. Wenn du zum Beispiel jemanden die Hand schüttelst, dann wird spätestens dann klar, ob er gegenüber gepflegte Hände hat und schöne gepflegte Hände hat oder halt eben nicht. Und so eine Handcreme macht einfach eure Hände schön weich. Und gerade vor allen Dingen im Winter ist es ja so, dass man einfach schnell trockene Haut bekommt. Gerade nicht nur an den Lippen, sondern auch an den Händen. Und da ist einfach eine Handcreme essentiell wichtig. Ihr könnt zum Beispiel eine Handcreme einfach neben dem Waschbecken platzieren, neben der Seife. Dann denkt ihr immer dran, dass ihr zum Beispiel die Handcreme auch verwendet. Oder zum Beispiel aufs Nachtschränkchen stellen, dort die Handcreme haben. Dann kann man sich immer abends, bevor man ins Bett geht, nochmal schön die Hände eincremen. Ich persönlich habe zum Beispiel eine Handcreme auch im Auto liegen. Heißt, wenn ich zum Beispiel das Auto getankt habe, dann desinfiziere ich erstmal noch meine Hände und benutze anschließend auch nochmal eine Handcreme. Fünftens, Maniküre, Pediküre und das Ganze professionell. Man kann einfach hin und wieder auch zu professionellen Maniküre und Pediküre gehen, damit einfach die Hände und auch die Füße von Grund auf einfach mal schön gemacht werden. Das ist zum einen richtig gut, wenn du zum Beispiel dich in diesem Feld noch gar nicht so wohl fühlst und einfach ein bisschen Know-how brauchst. Kannst du einfach mal zu Maniküre und Pediküre gehen. Da siehst du einfach mal, wie das Ganze professionell gemacht wird. Und davon kannst du natürlich auch unfassbar viel lernen. Außerdem kostet das Ganze nicht viel. Man kann es fast überall machen. Das dauert nicht lange und es ist auch noch angenehm. Also das solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren, wenn ihr einfach mal ein richtig ordentliches und schönes Ergebnis an den Händen und den Füßen haben wollt. Und gerade an die Sportler da draußen, die zum Beispiel viel Fußball spielen oder viel Laufen gehen, für die ist es natürlich auch super wichtig, einfach mal die Füße in Ordnung zu bekommen. Und anstatt zur kosmetischen Fußpflege oder zur Nagelpflege zu gehen, kann man natürlich auch die medizinische Fußpflege wählen. Und das ist einfach wirklich richtig, richtig, richtig nice, wenn man da raus stampft. Ja, dann stampft man nämlich nicht mehr, sondern dann fühlt sich das so an, als wenn man aus seinen Füßen fliegt. Also mein Freund, wenn wir uns irgendwann mal auf der Straße begegnen und wir einen Handshake machen, dann möchte ich, dass du schöne gepflegte Hände hast. Und wenn nicht, gibst du einen auf den Deckel. Also Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video heute ein bisschen weiterhelfen. Denkt dran, dass ihr auch eure Füße vernünftig pflegt, nicht nur eure Hände. Und ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag mit richtig schön gepflegten Händen und Füßen.